So, wir sind jetzt in Antalya gelandet, wir müssen dann hier raus und hier sind dann die einzelnen Veranstalter. Da müsst ihr dann einfach schauen, welche Nummer, wir sind jetzt mit Jan ITS da, wir müssen hier an den Stall machen und dann seht ihr einfach, wo er hin muss. Wir haben hier in der Türkei 22, geschätzte 25 Grad, es ist traumhaft schön, wir sind gerade beim Mittagessen und ich sage euch, mit Anschlägen oder sonst irgendwas, ist hier überhaupt nichts zu sehen. Hier, unsere ganze Gruppe, alle schön, fünf Leute und fünfmal Handys, traumhaft, wir haben eine ganz tolle Kommunikation. Ja, in der Türkei läuft Hott oder Schrott auch, wir sind hier in Belek, Matthias liegt schon im Bett und schlägt schon ein bisschen, er murmelt ein bisschen und wir schauen hier mit Kia Royale, Schaume, Hott oder Schrott. Super gemacht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Das ist ein anderer Lipps. Ja. Wuuuuuuu! Applaus! Ein Video. Du bringst jetzt einmal auf einmal her. Ich habe die Freuden! Ich habe die Freuden! Ja. Gsehegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegen Nilo. Ich hoffe, ich habe die Freuden! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020